Spannung pur hier in dem Gastclan, wo ich bin, aber schaut selbst mal rein. Und damit ein herzlich willkommen bei mir, dem Toto Clashed aka Thorsten beim Clan Dead Amigos. Der laufende CK ist so was von spannend hier die letzten Minuten. Ich muss mal gerade gucken und mich mal gerade orientieren, denn es war gerade noch ein Angriff da. Okay, der ist rum. 7 auf 9. Es ist so spannend hier. Es steht 37, 36. Ich konnte dem Clan nicht wirklich helfen, aber warum, das zeige ich euch dann im Laufe der Folge. Aber im Moment ist es hier so spannend, denn auf unserer Seite, also ich nenne das mal unsere Seite, hat nur noch einer, zwei Angriffe offen und diese eine ist wahrscheinlich nicht da. Nummer 14 kann ich nicht mehr viel holen. Das war wirklich ein sehr starker CK hier und man kann nur hoffen, dass wir es jetzt über die Zeit retten, denn der Gegner braucht, der Gegner braucht nur einen Stern. Er ist nämlich prozentual besser mit jetzt schon 86 zu 87 Prozent und hat hier noch einen Angriff offen. Genau, einen Angriff offen und braucht nur den zweiten Stern bei unserer zwei oder muss bei uns noch einen dreiern. Dann hat der Gegner hier gewonnen. 2 Minuten 25, das ist wirklich ultra spannend hier. Aber wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Ich war vorgestern im Global und habe eigentlich auf einen Clan gewartet, bei dem ich eingeladen war zu joinen. Kam da nicht rein und habe gedacht, dann schnorrst du hier mal ein bisschen wenigstens ein paar Truppen im Global und die Batgirl hier von den Dead Warriors war so nett, hat mich hier aufgenommen und weil das hier eine ganz chillige Truppe ist, vor allen Dingen kommen die mir richtig entgegen. Das sind nämlich Abendspieler, Abend- oder Nachtspieler und hier ist also abends richtig viel los. Tagsüber machte jeder mal ein bisschen seinen Angriff. Es werden ein paar Truppen gespendet, aber zu den richtigen Zeitpunkten sind hier die richtigen Leute am Start. Und so habe ich mich hier relativ schnell richtig wohl gefühlt und muss sagen, dass ich vermutlich noch die anderen beiden Sterne, die ich diesen Clan hier jetzt schulde, noch einholen werde. Das heißt, ich werde gleich noch mal fragen, ob ich noch ein CK mitspielen kann, denn 2 x 3 Sterne, das kann ich nicht aufgehängen lassen hier. Damit kann ich hier nicht aus dem Clan gehen und weil das hier so gut gelaufen ist. Ich habe im Moment auch mit dem Avatar Account überhaupt keinen Druck. Der macht hier ein bisschen schwarz ist. Irgendwann kann ich die Queen wieder leveln und dann geht das an der Stelle auch weiter. Aber wir müssen jetzt noch die letzten Sekunden hier überstehen. 59 Sekunden und mal gucken, wie knappe Kiste das hier noch wird. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Also das ist echt Spannung pro hier. Das kann ich auch nur live mitnehmen, weil das so schön spät kommt. Denn wir haben es jetzt schon samstags relativ, aber es heißt relativ spät. Es ist so gegen halb 10 und ich kann noch relativ laut sprechen zum Aufnehmen. So, da ist der letzte. Okay, er versucht den zweiten Stern bei Opa Zentnis, so heißt er, ich kann es fast nicht aussprechen, mit Walküren, Golem und ein paar Magiern. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob das ist. 50 Prozent werden mit dieser Truppe hier. Wir haben gesehen, dass Erdbeben nach wie vor nicht das Mittel zum Zweck ist, um in eine Base mittig reinzukommen. Zumal er jetzt schon schlecht reinkommt, denn die Maurer sind alle verreckt, muss sie jetzt schon viele Truppen setzen, damit er überhaupt in die Base kommt und es ist noch keine Clan-Burg gelockt. Immer noch nichts in der Base, er hat noch 15 Walküren, hat noch kaum Prozent geholt. Jetzt schlägt der Inferno hier schon zu. Als Single Inferno, die Teslas kommen dazu. Ich höre mich schon wieder an, ein bisschen wie ein Sportmoderator, aber jetzt kommt die Flugbev hier rauf. Mal gucken. Ich denke mal, das Rathaus wird in jedem Fall fallen, bei den vielen Walküren. Aber ob das mehr werden? Es müssen mindestens 50 Prozent werden. Für den zweiten Stern ist der zweite Stern hier drin, hat der Clan hier leider verloren. Und die Walküren werden jetzt schön gegrillt von dem Inferno, schaffen kein Prozent mehr. Aber die Queen ist nicht mehr zündbar, kriegt jetzt hier Feuer von dem X-Bogen. Und ich denke mal, das ist es gewesen, weil die kann sich nicht mehr wehren. Der Gegner hat keine Truppen mehr. Es bleibt hier bei einem Stern auf dieser Base. Alter, ist das krass. Ist das krass. Das heißt, der CK ist gewonnen hier. Meine Herren, ich muss sagen, das freut mich ungemein, denn hier wird richtig viel Herzblut reingesteckt. Alle sind ganz entspannt gewesen, auch in der letzten Phase dieses Krieges. Und meine Herren, das war richtig krasse Sache. Kann man nicht anders sagen. Und ja, wir haben, klar haben wir teilweise verkackt. Ich werde gleich noch ein paar schöne Angriffe zeigen. Aber das war wirklich mal, Maria, mal wieder richtig was für ein Puls hier. Und das hat hier richtig Laune gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ich werde gleich fragen, ob ich noch ein CK mitspielen darf. Bleibe einfach noch zwei Tage hier und zeige euch dann jetzt die restlichen CK Angriffe hier. Okay, wie eben schon angesprochen, gucken wir uns die restlichen CK Angriffe hier einmal an. Wir gucken einmal in die Mappe rein. Wir haben gut verteidigt, finde ich. Die Bases hier sind gut. Hier gibt es ein paar 9, 5er, 10, 5er. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier gut gekämpft, muss ich sagen. Im unteren Bereich ist hier gar nichts angebrannt, muss man dazu sagen. Denn hier haben mit Masse RH 9 diese 8er Bases hier ganz locker machen können. Hier der Support war, glaube ich, einer der, ich glaube, es war der zweite Angriff, der hier gemacht wurde auf einen 8er und mit ganz sauberer Lockung der Clan Burg. Erstmal mit so ein paar kleinen Truppen. Er hat dann noch am Start Golems hier jetzt einfach laufen lässt, damit die Drachen umdrehen, äh, die Drachen, der Babydrache meine ich, und auch die Luns und die Magier von hinten überhaupt kein Problem haben, die Luns hier zu schaffen und kommt hier mit so einer schwungvollen Horde Hox rein. Queen und King gehen zwar außen rum, aber es macht nichts, denn das Hauptgeschäft machen hier die Hox und der Rest ist nur Schmuck am Nachthemd, so nenne ich das ja manchmal. Jetzt wird hier schon der gegnerische King erlegt von den Hockreitern und klar beim RH 9 so stark auf RH 8. Das sind immer drei Sterne. Ich meine, wer hier dann nicht die drei Sterne schafft, der muss einfach ein bisschen üben. Aber mit so einer Taktik hier erlegt man natürlich locker einen RH 8. Aber immerhin, es sind drei Sterne, drei sichere Sterne sind hier drin und von daher war das ein schöner und guter Angriff. Wir gucken uns auch hier die Batgirl an. Das ist ja die, die mich hier eingeladen hat. Und auch sie entscheidet sich hier eher für Bodentruppen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das kann ich unterstützen, weil letztendlich ist für ein RH 8, der meistens ein Drachen recht früh levelt, ein RH 9, der ein Drachen recht früh levelt, sind solche Bases hier natürlich auch Opfer. Nur triffst du natürlich nicht immer auf RH 8 als frischer RH 9. Aber so macht man hier dann auch mal so einen Angriff. Denn mit Drachen und den vier Zaubern, die man ja schon hat, macht man hier eigentlich zwei Lastwerk und überfliegt so ein Dorf hier ganz easy peasy. Aber sie kommt hier richtig schön mit den Golems rein und hat dann im Background eine Masse Walküren. Die können ja auch nirgendwo anders mehr hin. Also der Funnel war hier auch richtig gut. Es stehen zwar noch rechts ein paar Lager, aber das hat die Walküren jetzt nicht interessiert, denn die nächsten stehenden Gebäude waren halt in der Base und so marschiert sie hier. Ja, ich hätte fast gesagt, bisschen übertrieben, die drei Golems. Aber egal, sicher ist sicher. Da hätte man sicherlich noch irgendwas anderes mitnehmen können. Vielleicht ein paar Loons fürs Backend oder ein paar Bowler in die Clanburg. Also ich empfehle für ein RH 9 immer Bowler in der Clanburg, wenn man den Golem denn schon auf 4 hat. Sie hat den Golem ja eigentlich auf 4 und sich dann noch einen 6 ergeben zu lassen. Ja, kann man machen. Es sind schöne 3 Sterne hier gewesen. Alles Tutti. Und wir gucken hier mal ein bisschen höher. Das ist noch mal der Support gewesen. Den haben wir schon mal gesehen. Wir gucken uns aber auch mal. Nein, den gucken wir uns nicht an. Ist auch eine R8. Es gab ja einen kleinen Vorteil. Und hier sehen wir jetzt meinen ersten unglücklichen Angriff auf die Nummer 11. Den hatte ich mir als erstes ausgeguckt, weil ich hier sichere 3 Sterne gesehen habe. Denn mein Ziel war es eigentlich nur. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe es auch später erst analysiert. Mein Ziel ist eigentlich nur, die gegnerische Queen hier auszuschalten und mindestens diese Lahr zu schaffen. Vielleicht sogar noch mit ein bisschen Glück diese Lahr zu schaffen. Eine Lahr. Also wie gesagt, die Lahr und der Feger hätten wir gereicht. Das ist am Ende. Diese 3 Lars wurden hier, die ich geschafft habe. Das war ein bisschen überraschend für mich. Das war aber mein Problem dann am Ende. Aber wir gucken uns den Angriff einfach an. Ich habe das auch, wie gesagt, erst später in den Replays gesehen. Was mir da eigentlich widerfahren ist und warum es hier an der Zeit vor allen Dingen gemangelt hat. Die Base war ja down. Es hat an der Zeit einfach nur gemangelt. Und warum, das sehen wir dann relativ Ende des Kampfes. Aber hier 3 Lars jetzt schon weg. Und jetzt komme ich hier mit meinen Hunden und meinen restlichen Luns rein. Die Luns versuche ich mal schnell in den Base rein zu kriegen mit Speedzauber dann. Aber am Ende wurde es dann leider knapp. Das war jetzt mein Problem. Denn dadurch, dass ich 3 Lars geschafft habe, flogen diese beiden Hunde jetzt einfach nur erstmal quer über die Base zu dieser einen Laar und bekam denen entsprechend gar nicht mehr genug Beschuss von allen anderen Defenses, dass mir die Hunde aufging. Mir ist nämlich kein Hund hier aufgegangen. Und dann fehlen die einfach Truppen. Nämlich die Lava Welpen in der Base, die hier noch für ein Cleanup sorgen. Und ja, das waren jetzt, das war, also ich fand es unglücklich, weil, wie gesagt, die Base ist down. Und es hat einfach nur entweder an den Welpen gefehlt oder ich hätte vielleicht besser hingucken sollen. Hätte mir noch 2 Luns aufgespart fürs Cleanup dann einfach am Ende. Nämlich von hier oben. So waren es leider nur 97 Prozent. Da schon der zweite Angriff auf die Base war, hat der nicht wirklich geholfen. Mein zweiten Angriff dann später auf die 8 mit 2 Stern. Der hat schon mal ein bisschen geholfen. Aber die Base hier ist dann auch 3 Stern worden. Das gucken wir uns einmal an, weil auch den habe ich noch nicht gesehen. Der oder die, ich weiß es gar nicht so nah, kommt hier mit einem. Ich habe die Base hier mit dem Gohawk gemacht und hatte auch nur ein Zeitproblem am Ende. Also gleiche Situation wie vorhin auch. Base down, Zeit nicht mehr da. Auch 97 Prozent. Ich glaube, da fehlt zwei Gebäude oder so. Aber er entscheidet sich auch für ein Gohawk. Aber auch keine schlechte Entscheidung lässt hier richtig schön die Hunde quer über die Base fliegen und zieht damit die gesamte Verteidigung, was Luft- und Bogenschützentürme angeht, auf sich. Das ist natürlich richtig gut. Und hier sieht man es auch. Hier ploppen wenigstens die Lava Welpen auf. Aber ich glaube, ich sehe da noch einen. Sehe ich da noch den einen in der Mitte? Ich muss mal eben schauen. Ne, der ist auch weg. Okay, der ist auch weg. Hier ist jetzt noch eine Def in der Ecke gewesen. Für so viele Loons natürlich ein gefundenes Fressen. Okay. Und dann war das hier nur noch Clean Up mit den Lava Welpen. Und die Base-Wage drei Sterne. Ähnlich hatte ich auch gedacht. Aber es wurde ja einfach besser umgesetzt und mit Hox geht diese Base auch. Man hat das gesehen, es lag einfach nur in der Zeit. Und so waren das hier schöne drei Sterne. Wir haben ja aber noch mehr drei Sterne zu verzeichnen von Mr. O. Der hier die 6 gemacht hat. Das ist ein RH9. Der Mr. O. Ne, Mr. D. ist es. Mr. D. Entschuldigung, ich habe mich da gerade verguckt. Ist ein RH11. Aber ich muss es an der Stelle auch mal sagen, wenn er dieses Video denn sieht. Ein Gerashtes RH11. Oder halt ein 10 Halber ist er glaube ich. Oder er hat noch ein 10 Halber. Aber auch ein geraschener 10 Halber. Also hat seine Def nicht wirklich hoch. Hat auch glaube ich noch nicht alle Truppen hier. Und was sein Vorteil aber ist. Er hat doch verhältnismäßig hohe Helden schon. Also 30 25 schon eine Kombi. Die man an der Stelle gebrauchen kann. Und hat natürlich ein bisschen den Borden im Nacken. Immerhin ist das eine Truppe mehr. Es sind mehr Healpoints in seinem Umfeld, die die Truppen haben. Und hat hier dementsprechend zwei Neuner gedreiert. Das war aber auch gut. Weil das waren ganz sichere sechs Sterne von ihm. Und das hat hier in dem CK in jedem Fall weitergeholfen. Ich muss mir mal eben. Das ist auch er gewesen. Und das ist der Angriff von dem Puppert. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Puppert Centnies auf die Nummer 4. Die Nummer 4 ist hier auch ein Rathaus 10 Halb. Heißt es 10 Halb. 9 Halb. 9 Halb heißt es glaube ich. 9 Halb. Und was der Clan hier wahrscheinlich nicht weiß. Ich mag das ja gar nicht. Diese 9 Halber. Aber als ich in diesen Clan hier reinkam. Da habe ich nicht unbedingt danach geschaut. Was haben die alle hier für Dörfer. Und was sind das für Leute. So nach dem Motto. Nee. Mit 10, 5, 9, 5, 1 spielst du nicht. Das wäre jetzt ein totaler Blödsinn gewesen. Es hat mir halt hier gut gefallen. Das Gefüge passiert. Und warum soll ich hier nicht einfach mal ein CK mitspielen. Um auch mal was anderes. Abseits der True Warriors zu zeigen. Wo ich ja nach wie vor beheimatet bin. Also ich bin da nicht weg. Die spielen aber jetzt auch einen schönen CK. Ich war einen Tag vorher schon mit dem AFA Account unterwegs. Das hat sich hier so ergeben. Ich hätte auch gerne bei den True Warriors mit dem Account mitgespielt. War jetzt aber schon hier gemeldet. Und dann war das nicht ganz so ganz so tragisch. Wie ich finde auch für die Warriors nicht an der Stelle. Ich muss mal schauen. Dieser hier war glaube ich. Das war übrigens die gleiche Base. Die ich als RH9 gemacht habe. Aber ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Ich hoffe der Tobi verzeiht mir das. Dass ich hier sein 1 Stern als letztes zeige. Letztendlich ist es auch nur zum zeigen. So geht so eine Base hier. Aber ich muss mal schauen woran es hier gelegen hat. Er hat hier natürlich viel viel mehr DEV zu schaffen. Hat hier jetzt. Wenn wir mal schauen. Die erste LAR ist down. Weil er wollte hier in GoHawk machen. Ja aber jetzt sind noch drei LARs da. Für zwei Hunde. Und er hat keinen Hund mehr in der Clanburg. Ich wollte ihm erst sagen. Er sollte vielleicht besser einen Max Hund mit in der Clanburg nehmen. Und das was er auf jeden Fall auch machen muss. Ist du musst diese Truppen hier schon schicken. Während deiner anderen Truppen noch kämpfen. Weil sonst wird es besonders schwer für den Rest der Truppe hier. Dann sieht man das auch. Weil die unter Umständen noch auf deine Golem schießen. Oder auf deine Queen zu schießen. Oder auf was auch immer. So war das hier. In erster Linie war es ein unglücklicher Stern. Weil man kann diese Base natürlich auch anders machen. Aber die hat sich ein bisschen aus der Luft auch angeboten. Mit solchen Taktiken schafft man das. Und ich weiß, dass der Tobi hier ein guter Angreifer ist. Also es ist nicht so, dass er hier bei der 2 verfehlt hat. Ich glaube, er hat dann am Ende, ich muss mal gucken, den hier gedreiert. Das ist ein Rathaus neuneinhalb. Hat aber bis dahin noch niemand geschafft gehabt. Und er hat sich hier entschieden für einen Queen Walk. Zu Anfang lockt hier jetzt die Clan Book Truppen. Da kommen so ein paar Valküren raus. Sie können natürlich unangenehm werden. Erraged aber die Queen. Und damit ist die Clan Book hier Geschichte. Kommt dann von einer ganz anderen Flanke mit Bowlern unter Heilung rein. Die Taktik ging ja auch. Die ist auch cool. Ich muss sagen, wenn das alles gut läuft, wenn man hier gut funnelt, dann können gleich deine oder können die restlichen Truppen nicht mehr anders rein als schön durch die Mitte gehen hier. Und die Entkehnte jetzt auch richtig cool. Jawohl. Hat noch Hox. Auch noch dabei auf Level 6 sogar schon für einen RH10er. Bei meinem Torsten Account fehlen mir die natürlich noch. Aber gerade wenn man mal hier so ein etwas stärkere 9 halber dreiern muss, dann machen sich solche Truppen natürlich bemerkbar. Wegen dem Heal Points und auch wegen dem Damage Output, die die haben. Und ich glaube, man konnte schon an der Stelle sagen, ich glaube, das war auch das 37 36 an der Stelle. Denn hier fehlten noch zwei Sterne. Das heißt, er hat aus dem 36 35 für den Gegnern 37 36 gezaubert. Und danach haben wir gut gedefft. Und deswegen ist der CK hier richtig gut gewonnen worden. Also ich kann nicht alle Angriffe zeigen, weil es dann die Länge so einer Folge überschreiten wurde. Aber das war gutes Ding hier. Gut gekämpft. Und wir sind noch nicht wieder in der anderen Suche drin. Aber ich glaube, die starten hier auch recht spät. Ich denke mal so gegen halb elf erst wieder ihren CK, sodass die Angriffe hier für diese Truppe hier natürlich zeitnah und schön wieder abends anfangen. Und auch wenn ich jetzt noch einen zweiten Krieg mitspiele, möchte ich an der Stelle sagen, dass ich mich ganz herzlich bei dem Clan hier bedanke, dass ich dabei sein durfte, dass ich hier ein beziehungsweise jetzt noch einen zweiten Clan Krieg mitspielen darf oder durfte. Und freue mich, wenn man sich hier mal wieder sieht. Man sieht sich ja immer im Leben zweimal wieder. Das war hier für mich mal wieder eine schöne Erfahrung. Das war eine richtig gute, runde Sache hier. Also ich bin richtig gut zufrieden. Gönnen wir darauf jetzt auch ein richtig schönes Bierchen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Seid ihr noch kein Abonnent bei mir, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Und wir sehen uns in dieser Folge, in dieser Folge. Ich bin noch nicht betrunken, aber ich trinke gleich erst mein Bier. In dieser Woche meine ich natürlich mit weiteren Clash of Clans Videos von mir, dem Thorsten, wenn er wieder clasht. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.